Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich sag mal, angespielt oder First Look oder wie auch immer. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich ehemaliger Marinesoldat bin, von daher immer ganz gerne mir maritime Spiele angucke und wer die Let's Plays hier zu Ultimate Admiral Dreadnoughts, zu der Alpha, ich glaub seit der Alpha 3 oder Alpha 4 bin ich dabei, der weiß, dass ich Ultimate Admiral Dreadnoughts für einen der vielversprechendsten Titel im maritimen Setting und auch für das Jahr 2022 halte noch. Wir gucken uns das mal an, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, also schaut euch ruhig mal die anderen Videos zu der Alpha an, wenn ihr möchtet. Wer will, liest sich das eben mal durch, drückt Pause. Ich versuch's hier ein bisschen kürzer zu halten. Ja, es sind vor allen Dingen viele neue Schiffstypen dazugekommen. Ultimate Admiral ist jetzt in die Early Access gekommen. Also das heißt, ihr könnt das Spiel jetzt auch bei Steam und nicht nur bei den Entwicklern oder ich glaub als Backer, war das ein Kickstarter? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Sondern ihr könnt es jetzt auch bei Steam als Early Access kaufen. Ja, ob ihr das machen sollt, das schauen wir jetzt mal. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig für mich. Ja, also ich will jetzt auch nicht zu vorschnell urteilen. Es ist eine Early Access und es kann noch viel passieren. Ich kenne aber Age of Sail, was auf jeden Fall ein gutes und im Moment für mich auch das bessere Spiel ist tatsächlich. Ich weiß aber auch, wie da die Kampagne gestrickt war. Deswegen hatte ich immer ein bisschen Sorge. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob die Entwickler meine Videos hier nicht kennen. Wenn nicht, dann schämt euch, ja. Ich habe immer gesagt, wenn ihr bei diesem Spiel eine gute Kampagne oder meine ich sowas wie Rule the Waves zum Beispiel, ja. Wer das nicht kennt, ich verlinke euch mal von einem befreundeten YouTuber mal die Videos zu Rule the Waves. Das ist ein ultra hässliches Spiel, ist aber von dem, was so hintendran, hinter dieser hässlichen Grafik quasi passiert, ein wirklich unglaublich gutes, maritimes Strategiespiel, das seinesgleichen sucht. Und ich habe immer gesagt, wenn wir hier eine gute Kampagne bekommen, dann wird hier Computerspielgeschichte geschrieben. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und das ist dann tatsächlich jetzt auch die Krux an der Sache. Resolution, da gehen wir doch nochmal ein bisschen höher. FPS Limit. Ist ja alles auf hoch, ne. Genau, Sound. Musik musste ich leider ausmachen. Ich hasse Spiele ohne Musik. Musik, das liegt aber daran, weil die Entwickler hier, ja, mit urheberrechtlichem Kram nicht aufgepasst haben. Also ist es für YouTuber unheimlich schwer. Also da müssen auch gerade kleine Studios peinlich genau darauf achten, dass die Rechte für Musik geklärt sind, weil das natürlich auch wichtig für so ein Spiel ist. Und ich supporte ja so ein Spiel auch unheimlich gern, ja. Aber, ähm, ja, es ist einfach, wir gucken es uns einfach mal an. Wir spielen das deutsche Empire, also wie gesagt, ja, ich will das jetzt auch nicht übergewichten. Es ist eine Early Access, muss man mal ganz klar so sagen. Es dürfen Bugs vorkommen. Natürlich werden weitere Features, das haben die Entwickler auch schon geschrieben, weitere Features hier zur Kampagne hinzukommen, etc., etc., etc. Aber, ich glaube, im Ansatz sind die Entwickler hier tatsächlich auf einem Holzweg. Ich muss es mal ganz klar so sagen. The German Empire has been formed, also das deutsche Imperium, ja, das deutsche Kaiserreich natürlich, wurde 1871 gegründet. Und, äh, wir haben jetzt, ähm, äh, Kaiser Wilhelm II., äh, müsste jetzt hier an der Regierung sein, äh, ambitions leader with an extreme interest in naval warfare. Also, ähm, das liebste Kaisers Kind war die Marine. Man sieht das sehr schön an alten Fotos, wenn kleine Kinder, ihr kennt das alle, kleine Kinder auf irgendwelchen Familienbildern sind, die haben immer einen Matrosenanzug an. Fand ich als Kind unheimlich schön. Ich wollte als Kind ja schon immer zur Marine. Und er hätte auch immer gern so einen Matrosenanzug gehabt. Das war, weil einfach das schick war, ja. Man hat das, ähm, wie soll ich sagen, marketingmäßig so aufgeblasen, die Marine, dass, ähm, auch, ja, nicht nur bei Küstenbewohnern, sondern überall die Marine sehr, sehr, äh, schick und modern und, ja, eben schick war. Ähm, ähm, the Kaiser is eager to build a fleet strong enough to threaten the naval supremacy of the British Empire. Also, darum ging es letzten Endes, ne, hier die, ähm, ja, man wollte Kolonien. Und was braucht man eben, um eine Kolonialmacht zu werden? Braucht man natürlich eine entsprechende, äh, Seestreit macht. The rapid industrial and population growth of the German homeland pushes naturally to an aggressive policy which concerns the other powers. Also, man hat hier schon zu Preußens Zeiten ja eine unglaublich starke Industrienation werden können mit Konzernen wie Thyssen, Krupp, etc. Die eben den fantastischen Stahl nicht nur für Kanonen, sondern eben auch für Schiffe geliefert haben. Bevölkerungswachstum durch eine gute Ernährung, durch die Kartoffel unter anderem. Also, so war das kleine Land Preußen oder eben dann später das kleine Deutsche Reich. Auch aus heutiger Sicht war es ja relativ groß, aber, ähm, natürlich im Vergleich zum British Empire oder so dann doch sehr klein, hat man eben hier, ähm, ja, nach den Sternen gegriffen. Was die Engländer natürlich in ihrer Ehre gekränkt, aber auch in ihrem Führungsanspruch sozusagen direkt angegriffen hat. Und man muss sagen, ähm, die Homefleet ist das Schwert und das Schild der königlich-britischen Marine. Nee, aber ich rede einfach mal weiter, wenn wir im Game sind. Ähm, Normalschwächigkeit, AI upon me historical. So, Fleet, äh, ihr könnt natürlich hier mit dem Flotten-Designer eure Flotte selber designen. Ich mach das mal weg aus Zeitgründen. Wir tun dann Updates, aber hier, äh, schon immer selber designen. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie lange ich hier dabei bleibe. So, ähm, ja, das ist die, äh, Kampagnenkarte und da hatte ich, äh, tatsächlich vorher schon Angst davor, dass man das so macht. Also, es ist jetzt räumlich sozusagen sehr begrenzt. Davon will ich mich jetzt aber gar nicht abschrecken lassen. Also, es ist quasi hier nur der Nordatlantik, der Kanal, die Nordsee und die Ostsee. Kann man das auch irgendwie mit WASD? Ah ja, Tatsache. WASD, hier, äh, Skagarak, äh, Kattegat und so weiter, Ärmelkanal. Jo, also heimische Gewässer, ein bisschen Mittelmeer, da kommen wir aber nicht rein wahrscheinlich. Bisschen heimische Gewässer aus deutscher Sicht, aber natürlich auch aus englischer Sicht. Das ist nicht das Problem, dass das jetzt hier so eine kleine Karte ist, die wird auch noch erweitert und es wird schon eine Weltkarte auch werden. Ähm, mein Problem ist ein ganz anderes. Also, ihr habt hier jetzt zum Beispiel, oder wir gehen hier oben erstmal die Tabs durch, Word. Hier haben wir Finances, auch das ist sehr, ja, wie soll ich es nennen, ja, langweilig. So, aber auch da, sag ich mal, das kann alles noch werden, ja. Ja, ihr könnt hier ein wunderbares Finanzsystem, ja, ich könnte mir dann vorstellen, dass man beim Kaiser vorspricht als, ähm, Inspekteur der Marine oder so und sagt so, hier, wir brauchen. Und dann, ich, äh, ich, ich, äh, mache eine spezielle Mission, sag ich mal, um, äh, mal als Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, Kapitänleutnant Prien, ja. Äh, äh, das war ein Paukenschlag im, äh, im Flottenstützpunkt der, der Homefleet in Skapa Floh und diente letzten Endes nur dazu, um Hitler davon zu überzeugen, also das war ein, ein, ein Husarenstück, was, äh, Dönitz sich mit seiner Seekriegsleitung ausgedacht hat, um die U-Boot-Waffe populärer zu machen, um dann eben entsprechende Mittel vom, äh, Land, Land gebundenen, Land denkenden Hitler eben freizumachen, ja. Also sowas, sowas könnte ich mir vorstellen. Wollt ihr mich nicht einfach als kreativen Kopf bei eurer Firma mal einstellen? Wie wäre das denn mal, ja? Also gut, so sieht es halt jetzt aus. Wir haben halt so Schieberegler. Es, es langweilt mich so sehr, dass ich nicht mehr Lust habe, mir diese Zahlen da anzugucken, die ich da sehe. Ich gucke jetzt hier zum zehnten Mal drauf und ich habe nicht einmal das ordentlich durchgelesen oder so, weil es einfach so hart langweilig ist. Also, wir haben hier, äh, Naval Funds, äh, Monthly Balance, also wir sind hier schwer im Plus. Das heißt, wir können halt hier Crew-Training, jo, ich schieb das dann mal so, dass ich so ein bisschen im Plus bin oder was, äh, so. Ja, keine Ahnung, ja, also, ja, da müssen Quests her sozusagen, irgendwelche Aufgaben um, äh, Skillsystem, ja, ähm, äh, Berater, die vielleicht einen Bonus beim König haben, ja. Ja, da kann man ruhig mal ein bisschen wie bei Crusader Kings oder, äh, bei Europa Universalis denken, ja. Sky is the Limit, was ist denn los? Ja. Ja, aber gut, vielleicht, vielleicht kommt da noch was. Ja, keine Ahnung. Also, wir haben hier einen, einen Bildknopf, da können wir die Tonnage, und da würde ich jetzt auch erst gern mal drauf sparen, deswegen zieht das jetzt nicht hier hoch, sondern, ähm, macht es sogar wieder runter. Ne, Crew-Training, vielleicht Tech-Budget. Was ist denn Transport-Capacity? Your nation's economy and fleet need transportships in order to function at full potential. Ja, das, das ist dann der Konvoikrieg letzten Endes, ja, dieser Schieberegler. This later determines the policy costs of building more transports. Boah, es, 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 es langweilt mich brutalst. Also, es ist wirklich unangenehm langweilig. Aber egal, also, Crew-Training machen wir mal trotzdem. Deutsche Marine braucht gute Soldaten. Ja, ich weiß, das war ja selbst, selbst einer war. Äh, Transport-Capacity, ja, ähm, if you have Transport-Capacity higher than 100%. Ja. Wie viel kann man denn da einsparen? Ja, ein bisschen was, komm, machen wir mal ein bisschen runter. Ich will ein bisschen Geld sparen, dass wir die Werften hier vergrößern können. Also, ihr könnt hier nämlich auf Bild klicken und dann habt ihr einen Schieberegler und könnt hier, äh, und 2000 Tonnen kosten direkt 20.000 und das würde ich ganz gern machen und da kommen wir dann nämlich hin bei der nächsten Runde. Mal gucken, wann es das Geld gibt. Okay. Vielleicht ist ja der Tech-Tree ein bisschen, äh, berauschender. Äh, also auch hier, das sieht mir schon auch alles noch so aus, als wenn das noch irgendwie auch grafisch vielleicht verbessert wird. Aber gut, ihr habt ja so einen Tech-Tree, der ist, wie soll ich sagen, äh, wie sagt man, langweilig? Ähm, ja, also ich, ja, also es forscht halt irgendwie alles und ich kann jetzt halt drei Schwerpunkte setzen. Ja, dann mal so Richtung Europa-Universales 4, ja, mit so, mit so einem Ideenbaum, Forschungsbaum-mäßig halt, ja, oder von mir aus Hearts of Iron 4 oder ich hab keine Ahnung halt, ja, Hearts of Iron 3 oder, also es gibt doch genug. Ähm, ja gut, äh, Stellaris jetzt vielleicht nicht unbedingt, der gefällt mir da auch nicht mit diesen Multiple-Choice-Dingern, die man da immer vorgesetzt kriegt, aber, ja, es forscht halt alles und wie können wir dann, ah, hier können wir so einen, ich weiß nicht, ja, kann ich halt drei Schwerpunkte und alles andere forscht und den Rest mach ich hier mit dem, mit dem Schieberegler. Es ist mega langweilig, ja, es ist mega langweilig. Wir gucken uns mal die Designs an, ähm, und zwar würde ich als erstes gern ein schönes Großkampfschiff bauen, ähm, oder nee, wir gehen hier nochmal raus, entschuldigt bitte, wir gehen hier mal in die Flotte und schauen uns mal die Flotte an, wie gesagt, das ist jetzt Auto-Generate, also das ist, das ist der operative Teil jetzt, den ihr hier seht, ja. Was, was soll ich denn dazu sagen, halt, ja, also, also ich hab hier eine Tabelle, die, wie sagt man, im Volksmund langweilig ist, ja. Ja, ich hab hier eine Crew, Set-Crew, was kann ich denn machen? Au, ja, kann hier mehr oder weniger drauf machen. Ja, weiß ich nicht, hab ich Offiziere, hab ich irgendwas, oder... Dann kann ich eine Rolle in Being, da kann mal jemand bitte gucken, was das heißt, das ist wahrscheinlich in Bereitschaft, oder ich weiß es nicht, oder eben Sea-Control. Kann ich, kann ich eine Tatsforce zusammenstellen, kann ich ein, ähm, äh, ein Konvoi-Geleit zusammenstellen, kann ich, äh, Küstenschutz mit Torpedobooten zusammenstellen, kann ich, äh, ein Kreuzer-Geschwader, ein Überseegeschwader, äh, schwere Kreuzer, halt, ja, ein Schlachtschiff-Kampfverband halt, ja, also... Ah, ich kann halt, ähm, jo, in Being, in Sea. Na gut, dann machen wir halt die Word mal Sea-Control, jo. Gibt's hier einen Pop-Up, der mir erklärt, wo ist denn der Unterschied? Nee, ich seh nur die, die Stats von dem Schiff. Mach ich ein... Mach ich jetzt einfach alle Sea-Control, was ist denn Sea-Control, ja? Ist das Küstenschutz, ist das... Ihr habt keine Ahnung. Ja, what's... Phew, dann sind wir wieder hier, ja. Äh, genau, also ich würde dann ganz gerne als erstes... Ihr seht, also entschuldigt bitte, das ist, glaube ich, das witzlustloseste Let's Play, was ich hier gemacht habe, aber ihr solltet es ja auch mal spüren, wie sich das für mich anfühlt, ja. Es ist doch alles so genial gewesen, ja, also ihr habt doch da einen Schiffsdesigner, ihr habt tolle Taktik-Gefechte, auch die, die auch noch Schwächen haben, da will ich auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ich verstehe es nicht, ja, also das... Wie gesagt, ist ein Early Access, kann sein, da kommt jetzt noch der megagroße Wurf, da kommen diese ganzen Ideen, die, die mir aus mir rausquillen, wie, äh, wie, weiß ich nicht, eine Ölquelle in den 70er Jahren im Irak, wo es noch genug Öl gab, ja. So, äh, keine Ahnung. Ähm, okay, ich will gerade mal gucken, was wir hier für... Also hier haben wir quasi gar nichts, 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 gar nichts. Okay, dann könnte man mal überlegen, um mal wieder so ein bisschen die Kurve und Motivation zu kriegen. Ich würde vielleicht ein bisschen ganz gerne so Geschwindigkeit, Reichweite ist da auch überschaubar, beziehungsweise die kann man ja dann auch erhöhen oder was. Call, Engine Cost. Da können wir halt Compound Armour, da ist halt noch nichts, ach ne, warte mal, ich muss, glaube ich, mal in den, äh, wir machen, gehen mal in, äh, Ship Design und machen mal New Design. Ich glaube, da sieht man das dann. Ah ja, okay. Ah ja, hier ist schon mal was, Semi-Balanced Rudder, das ist ja schon mal okay. Stahl. Amour kostet, weil da einen leichteren Stahl ist nämlich immer gut, weil man dann nämlich mehr Tonnage hat für, ja, für Waffen etc. und Panzerrank und so ein Kram. Was haben wir denn für Geschütze? 12 Inch, ach, ich habe das hier gar nicht auf Zentimeter, das stelle ich bei der nächsten Folge dann mal um. Oder kann man das jetzt direkt umstellen? Entschuldigt bitte. General Language, oh, ja, okay. Length, Millimeter, Zentimeter, also, okay. Da kann ich doch schon ein bisschen mehr mit anfangen, 30 Zentimeter, das ist eigentlich schon mal ein ganz okayes Kaliber, Boiler. Oder ein Rumpf, ja, vielleicht ein, ah ne, guck mal, ah ne, doch, ah ja. Vielleicht einfach mal einen neuen Rumpf für einen neuen Schiffstrupp, neuen Rumpf, dann vielleicht doch auch ein neues Kaliber. Funnel, haben wir ein paar. With Boats. Aha. Funnel with Boats. Aber ihr habt trotzdem nur Stats für Target Signature und so, halt, wenn das schon mit Boats steht, könnte man ja auch mal Überlebensfähigkeit der Crew oder so, als, 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 ähm, als Attribut, nein, safen wir das nicht. Discard, ah ja. Okay, also Research, Halldesign, da würde ich ganz gerne Cruiserdesign, Destroyerdesign. Macht das schon Sinn, direkt hier zwei, aber die sind ja schon fast voll, 28, vier Monate. Das ist natürlich, Fire Control ist natürlich, Range Finder ist nicht, oh ja, das, das würde ich gerne mal schwer punkten, weil da müssen wir ein bisschen was aufholen. Research, ja. Und Big Guns, Turret Mechanism, das ist eigentlich schon ziemlich cool, Minesweeping Equipment for Destroyers, okay, das ist sehr interessant, ich bin ja auf dem Minensucher gefahren, also das interessiert mich natürlich sehr. Torpedos, also was, vielleicht mal schon mal so zur Idee, schwerpunktmäßig, also ein Großkampfschiff ist natürlich wichtig und prestigeträchtig, als kleine Marine würde ich aber auch tatsächlich Torpedoboote boosten, dass wir, dass wir gute Schnellboote kriegen oder gute Zerstörer dann, um eben die teuren Schiffe der Royal Navy vielleicht zu piesacken. Ist das eine gute Idee? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, reduces hull weights, reduces ship construction time, reduces chance of construction floss. Ah ja, hier, new hull available. Battleship 1, Armour Cruiser, Semi-Armour Cruiser, Light Cruiser, Torpedoboot, das machen wir. Und dann, Unlocks, new guns. Ach, guck mal hier, 12 Inch haben wir jetzt gerade. Man kann natürlich auch schon mal ein neues Schiff auf Key legen, man kann die auch nachrüsten dann, ja, also mit größeren Geschützen oder so, glaube ich. Gun Layout, allow more big guns placed on the ship centerline, okay. Okay. Three miles centerline mounted for large guns. Gun Layout. Wir haben noch zwei, soll man mal big guns machen? und dann machen wir aber noch mal Engine, weil da sind wir auch weit hinten dran. Increases Engine Efficiency, more horsepower per Ton, ja, und Engine Gewicht, ja, komm, machen wir mal. Und als nächstes, wie weit sind wir denn mit dem Stahl? Armour Technology. Reduces Armour, ah, wie weit lang dauert das denn noch? Nee, das würde ich schon gerne mal machen, bis wir mal moderne Schiffstypen hier. Machen wir das lieber so. Okay, dann, äh, ja, das war's, ja, also, fertig. Ja, also, wir haben hier Häfen und hier sind unsere Schiffe stationiert. Ah, da machen wir jetzt mal, oh ja, Emton, hier, guck mal, da haben wir Port Capacity, Fleet Strength, ja, da haben wir ja noch jede Menge Tonnage frei. Oh, wir haben hier schon eine Fleet. Ja, dann fahren wir jetzt mal raus, stechen mal in See. Move Ships. So, click right mouse button on port to move ships. Hä? Ach so, also ich kann meine Schiffe jetzt nur in anderer Häfen bewegen. Boah, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja, ist ja genial. Entschuldigt bitte diesen Sarkasmus, aber ey, ich könnte platzen halt, ja. Wo ist denn das Problem, dass ich jetzt hier rechts hinklicke und das Schiff fährt halt dahin und das macht der Gegner auch und wenn man sich zufällig trifft oder vielleicht hat man ein Flugzeug, was es aufklärt und man fährt sogar gezielt zu einem Gegner hin, dann entsteht eben ein Seegefecht mit Windrichtung, mit Positionierung, ich bin hier, der andere ist da und so geht dann auch das Taktikgefecht los. Wo zur Hölle ist das fucking Problem? Jetzt sagt ihr ja so, ja, Basti, regt dich doch nicht so auf, das ist doch eine Early Access, das kommt ja vielleicht noch und das glaube ich eben nicht. Warte mal, Escape, glaube ich, oder wie komme ich jetzt hier raus? Ja, ja, so. Ja, 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 komm. Nee, cancel. Ja, also ihr könnt hier nur, ihr könnt hier nur zwischen den Häfen die Schiffe hin und her. Warum ich das machen soll, erschließt sich mir überhaupt nicht, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt mal Next Turn. Torpedo Boat Ambush. Jupp. Habe ich hier eine Battle übersehen, ja? Also so werden die, ähm, soll man das mal, soll man das mal kämpfen? Bayern und Zeringen. Können wir machen mal. Das wird, das wird mies, ne? Die hauen uns weg. Dann kann ich hier weiter, weiter rummeckern, ey. Echt, ich habe so einen Zorn halt, ja? Und ich glaube halt, durch die, ähm, na ja, da haben wir schon einen Feind. Weil diese Taktik-Gefechte, die sind ja so großartig. Ne? Das, das hätte das, das genialste Spiel der Computerspiel-Geschichte, zumindest was Seefahrt angeht. Wer denn können? Hätte, hätte, Fahrradkette. Und, äh, diese, diese Idee, die die jetzt haben, und das ist eben bei, bei Age of Sail ja auch so. Ähm, das ist eine, eine Grundphilosophie, glaube ich, wo die Entwickler einfach brutalstens auf dem Holzweg sind. Also man hat dann, ihr habt es ja gesehen, man hat dann, ähm, kann ich auch einfach jetzt hier wieder raus? Sleeve Battle vielleicht, weiß ich nicht. Naja, mal gucken mal. Mal schneller. Ähm, man, da muss man ein bisschen aufpassen. So, und ich würde, glaube ich, ganz gern Detach machen. Wir lassen die, jeder für sich. Ja, ein bisschen können wir, glaube ich, noch. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal ein Wendemanöver. Ne, ja, schon. na, na, Er trifft, ne? Die versenken meine Schlachtschiffe. Das ist eigentlich meine Idee gewesen hier. Mit den Torpedo-Booten. Ach komm. Ich fahre hier lang. Die versenken jetzt meine Schlachtschiffe. Alter Schwede. Wenn das mal kein Crit war, ey. Na komm, mach so. Ich finde übrigens, dass die Geschütze oft so unpräzise sind auf kurze Distanz. Und ganz, ganz schlimm ist es gegen Frachtschiffe. Frachtschiffe zu versenken ist nicht so leicht, ne? Und eigentlich irgendwie zwei, drei Treffer halt irgendwie mit einer 8-8 oder so auf dem Frachter. Und das Ding sinkt. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind überhaupt nicht so gebaut, dass die ein großes Leck aushalten, ne? Oh, der Fangschuss. Das war gar nicht so schlecht, dass ich da auf so eine Close Range ran bin. Der Torpedo, der hat nichts gezündet, ne? Dauert ja im Moment, bis die scharf werden, glaube ich. Ah, der macht Schaden. Jo, aber wisst ihr, ich würde niemals, 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 niemals ein Schlachtschiff ohne Kreuzergeleit auslaufen lassen. Never ever. Eben aus diesem Grund, ja? Schön, zwei leichte Kreuzer und das wäre gar nicht so das Problem hier. Gut, man hätte auch natürlich mit Schäden zu kämpfen und so, aber zehn Torpedo-Boote gegen zwei schwere Schiffe. Ja, der Drops ist gelutscht, ne? Ja, und warum passiert das jetzt hier? Weil ich das nicht selber zusammenstellen kann. Und das ist doch ein Hohn. Entschuldigt mal bitte. Was, was, was soll das denn? Ja, das können wir hier auch irgendwie uns sparen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin einfach so abgeturnt halt irgendwie. Entschuldigt bitte, dass ihr das auch alles so abkriegt halt, ja? Aber es ist einfach, bei mir zerplatzt ein Traum halt, ja? Es ist einfach so. So, Heavy-Damage-Medium-Essl-Lol, oder? Ich habe jetzt abgebrochen und jetzt hat er das selber berechnet. Die hätten mich natürlich locker versenkt. Also, so konnte ich jetzt quasi das umgehen, dass ich zwei schwere Schiffe verloren habe und die Engländer haben richtig auf den Sack gekriegt. So, und also, ich mache jetzt mal was, ja? Wir spielen das jetzt mal, also, um zu wissen, ob der Karrieremodus oder der Strategiemodus oder, ja, der Kampagnenmodus oder wie man es nennen will bei solchen Spielen, die einen großen taktischen Anteil haben. Nehmen wir jetzt mal Total War, ja? Wenn der Strategie-Teil von Total War ohne diese 3D-Schlachten keinen Spaß macht, dann macht mir das Spiel keinen Spaß. Punkt. Dann können diese Taktik-Schlachten noch so opulent, noch so schön, noch so genial sein. Ich habe keinen Bock, auf der Kampagnenkarte rumzugammeln, halt, ja? Und dann spiele ich vielleicht PvP, irgendwie so eine Taktik-Schlacht mit einem Kumpel, aber ich spiele ja die Kampagne nicht. Das heißt, du musst da als Computerspielentwickler die Kampagne immer so gestalten, dass deine genialen Taktik-Gefechte auch weg sein können. Und es muss trotzdem ein gutes Computerspiel sein. Und wir spielen das Spiel jetzt mal ohne diese wunderschönen Taktik-Gefechte. Ah ja, Konvoi. Wie reagiere ich denn jetzt auf den Konvoi? Ah ja, ich drücke hier drauf. Okay. Ach, okay, ist jetzt schon zusammengestellt. Dann mache ich mal Fight. Auto-Resolve. Ah, fertig. Was haben wir denn jetzt hier? Large Convoy Raid. Our Raiding Ships detect a large enemy Convoy. Was haben wir? Ein Unentschieden. Okay. Gibt ein paar Victory Points. Wir haben aber ein paar Transportschiffe versenkt. Ach, fantastisch. Damages. Härter, leicht. Heavy. Schaden hier. Light, heavy, heavy. Oh, keine Verluste. Ah ja, okay. Was können wir noch machen? Finances. Gehen wir mal in die spannende Tabelle rein. Ah, jetzt haben wir 20.000. Das können wir wenigstens hier mal so. Zack. Bild. Ein bisschen weniger sind wir jetzt hier im Plus. Ist ja spannend. Okay. Research. Ja, warten wir noch. Wir haben ja schon die Dinger gesetzt. Ship Design. Ach nee, brauchen wir nicht. Haben wir noch Research. Okay, was soll ich hier nochmal? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Okay, das ist jetzt mein Fehler. Ja, ich mach mal mehr Sea-Control vielleicht. Vielleicht mit den Torpedoboote Sea-Control. Dann hab ich vielleicht, ähm, in Being. Ja, komm, mach mal alles Sea-Control hier. Dann passiert das vielleicht nicht nochmal so mit dem Schlachtschiff. Obwohl es ja gut gelaufen ist, ja. Mit dem Auto-Resolve. Also das ist natürlich Quatsch, ja. Das kann überhaupt nicht das Ergebnis gewesen sein. Aber wie gesagt, es ist eine Early Access. Muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube, die sind hier im Kern so hart auf dem Holzweg, das ist, das ist, das ist, das ist eine Sackgasse, wo die hier hinwollen. Vielleicht irre ich mich. Es wäre fantastisch. Mach mal next turn. Okay. Oh, krasser Sound. Ist irgendwas Schräges passiert? Nö. Hm. Okay. Also, dann spielen wir mal Kampagne weiter. Ähm. Ach ne, baut ja noch. Jetzt können wir. Bild 4%. Dann, dann. Ich kann ja hier nochmal dran schrauben. Oder was? Tech Budget. Ja, mach mal Tech Budget. Dann sind wir ein bisschen schneller. Zack. Ne, ist zu viel. Aber da ist jetzt ein bisschen wenig. Mach ich hier wieder hoch. Ah, so. Okay. Next turn. Boah, krasser Sound. Was ist passiert? Nix. Ah ja, dann manage ich mal hier ein bisschen meine Flotte. Ähm. Ja, warum dann eigentlich? Also. Muss ich hier nur gucken, ob genug Tonnage hier in Port Capacity ist und dann eventuell die hin und her schicken. Oder enden. Ich mach mal was. Ich ziehe jetzt mal alle Schiffe hier ab. Move ships. Nach Emden. Move. Move all. Hier, komm. Alles nach Emden. Weil ich will mal gucken, ob. Ob. Ah, da sieht man sogar was auf der Karte. Und was soll das? Jetzt ist es aber weg. Ah, Ambush. Schwerer Kreuzer, leichter Kreuzer, Fight, Auto Resolve, Damage. So, Fight, Auto Resolve, Damage. Okay. Jetzt haben wir hier keine Schiffe mehr. Achso, mal Finance. Mal, lass mal so. Ja, versteht ihr? Krasser Sound, nix passiert. Ähm, ne, nix, nix. Ah ja, Konvoi. Ähm, Fight, Auto Resolve. Los. Jetzt seh ich hier so Schiffe. Aber was soll das denn? Ja, dass da jetzt so Schiffe in den anderen Hafen fahren. Kann ich die jetzt abfangen? Nee, kann ich nicht. Kann hier nur auf Fight, Auto Resolve. Auf diese Symbole. Und ich glaub, das ist bei Age of Sail auch schon. Ja, ihr habt immer nur so Symbole auf der Karte. Wozu denn die Karte? Was soll das denn hier, diese Karte? Dass hier mal so ein Punkt random irgendwo auftaucht. Aber gut, vielleicht kann man das alles später nochmal. Aber ich glaube, nee, warum kann ich denn nicht Patrouillenpfade hier festlegen? Weißt du? Oder zumindest, äh, Seegebiete wäre ja auch schon eine Idee, ja? Dass ich hier Nordsee habe. Ich habe hier den Skagerag. Ich habe die Ostsee oder Baltic Sea. Ich habe hier die Dänemarkstraße. Ich habe Faröhrinseln oder keine Ahnung, Atlantik. Irgendwie, äh, hier die, was ist das, Kota, irgendwas halt. Und dann, dann sage ich, ähm, okay. Ähm, äh, zwei Schlachtschiffe, drei Zerstörer, ähm, zwei Kreuzer bilden einen Kampfverband. Der patrouilliert bitte, ähm, die Nordsee. Torpedoboote macht Küstenschutz. Äh, Convoy Raid, äh, macht mein Kreuzergeschwader bestehend aus zwei schweren, drei leichten Kreuzern. Die machen Convoy Raids hier in der Nordsee halt, ja? So, und dann hat der Gegner auch, äh, Schiffe, die in dieses Seegebiet, ich spiele mal weiter derweil. Aha. New Technology, fantastisch, ja? Und dann, dann fängt es natürlich jetzt an wieder, Heavy Cruiser, komm mal, ah ja. Dann fängt es natürlich an wieder ein bisschen cool zu werden, ja? Ja, der, der Schiffsdesigner ist doch so großartig, ja? Armored Cruiser, ist es das hier? Ja, dann kann man sich hier schön neuen Kreuzer, wofür brauche ich denn den Kreuzer? Ah ja, ich will ja, äh, Convois bekämpfen, da mache ich den lang, mache ich den schnell, äh, leichte Bewaffnung, leichte Panzerung, der muss schnell sein. Ja, der muss hier auf, 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 ähm, ups, hier auf meiner Karte, ja, muss der, muss der schnelles Movement haben, der braucht eine gute Range halt irgendwie, dass er hier irgendwie eingesetzt wird. Schnelles Movement, dass wenn meine, meine Flugzeugsehaufklärer hier feindliche Gegner feststellen, dass ich den schnell zurückziehen kann, dann kommt mein Schlachtschiffverband und so. Ja, äh, das, das sind so die Fantasien, die ich da habe halt, ja? Aber next turn, sag mal, habt ihr eine Macke? Ambush, Fight, Auto-Resolve, yo, ey. Und ganz ehrlich, Leute, den Rest, der spare ich euch doch jetzt, oder? Was meint ihr? Da, battle, machen wir mal, yo, Fight, wer, wer kämpft denn diesmal? Ach ja, schön, freut mich, dass ihr euch da zufällig getroffen habt. Es ist nicht euer Ernst halt, ja, klar ist es nur Early Access, aber lasst euch das von einem alten Hasen hier gesagt sein, Entwickler, ihr seid schwer auf dem Holzweg. Und ihr verbockt hier gerade halt ein, ein Potenzial, was, was, was dermaßen episch ist, wirklich jetzt. Ja, ihr habt einen Basti lange nicht mehr so sauer gesehen. Wirklich jetzt, also, jo. Schreibt mir mal in die Kommentare, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, ja, und ihr spielt das und sagt, Mensch, das ist doch voll die geile Kampagne. Ähm, ja, mir ist schon klar, die ist nicht fertig, die Kampagne, ist mir schon klar. Aber, äh, ähm, vielleicht kommt das noch, ja, dass ich meine Schiffe hier rumbewegen kann. Ich befürchte aber, das wird wie bei Age of Sail, ja, und da ist es halt auch so. Und das ist, das ist mir zu wenig für so ein Spiel, weil diesen ganzen Schiffsdesigner, habe ich keinen Bock drauf. Wozu? Was soll das, ja? Ich mache, ich mache doch jetzt auch hier, ähm, zack, Autodesign. Was wollt ihr denn von mir? Warum, warum soll ich kommen, mache ich New Design, mache ich Armored Cruiser, Autodesign. Warum soll ich mir denn jetzt die Arbeit machen und hier eine Stunde lang voll das Schiff, was einen bestimmten Einsatzzweck, ja. Und jedes Schiff, ja, siehe Westentaschen, Panzerkreuzer, ähm, von der deutschen Marine, wozu sind die denn da? Ah ja, ich habe, ich habe wenig Budget, ich habe eine kleine Marine, ich habe, ähm, den Versailler Vertrag, das Flottenabkommen, was mich hier, ähm, einschränkt. Also ist meine Kreativität gefragt, ja, und ich mache eben eine Graf Spee, eine Deutschland und so weiter, ja. Ja, und, und ich, und da kommt ein, ein Dank deutscher Ingenieurskunst ein unglaublich geniales, ähm, Konzept raus, was zumindest in den frühen Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs, äh, unheimlich gut war halt, ja. Und es war geboren aus der Not heraus und dem Einsatzzweck geschuldet plus dem Gegenüber, die, die mächtige englische Marine, also baust du einen, einen Panzerkreuzer, der schneller ist als alle Schlachtschiffe und stärker bewaffnet ist, nämlich mit 28 Zentimeter Geschützen als, äh, vergleichbar schnelle Schiffe, äh, sprich englische schwere Kreuzer. Und schon hast du ein unglaublich schlagkräftiges Schiff, was du aber auch so einsetzen musst, wie du, wie es eben eingesetzt wurde, nämlich als Überwasserhandelsstörer, ähm, mit einer enormen Reichweite, was du eben auch im, im Südatlantik einsetzen konntest und so weiter. Aber was nutzt mir denn dieses, dieses Schiffsdesign, wenn ich den Einsatzzweck hier nicht anders festlegen kann als in Being oder Sea Control? Ist es euer fucking Ernst? Also, bitte, liebe Entwickler, es ist vielleicht noch nicht so spät, legt euch ins Zeug und hinterfragt diesen Ansatz dieser Kampagne doch bitte mal grundlegend. Ihr seht, also, der Basti ist ja sowas von wütend, ja. Es ist einfach, es ist einfach Perlen vor die Säue, glaube ich, was die Entwickler hier vorhaben mit dieser Kampagne. Mag sein, ich irre mich, ich würde mich freuen, aber das ist im, äh, äh, bei der Geburt sozusagen schon vermurkst, das Ding hier. Weil das alle anderen großartigen Mechaniken hier ad absurdum führt, ja. Das, das ganze Ding, das interessiert mich nicht mehr hier, Schiffdesigner, brauche ich nicht mehr. Verstehe ich überhaupt nicht, wieso, ja. Und, und auch diese, diese Taktikgefechte, habe ich doch gar keinen Spaß dran, ja. Wenn ich sage, okay, wir machen einen kleinen Torpedobootverband, da laufen jetzt gerade drei schwere Schiffe, die werden von Dober nach Jormoth halt verlegt. Ja, Mensch, das habe ich irgendwie durch, durch Aufklärer, durch einen Spion, ja. Sowas, Spionage, ja, sowas brauchen wir hier, ja. Und Luftaufklärer, etc., etc. Da habe ich gesehen, dann zack, dann düse ich da mit ein paar Torpedobooten oder Zerstörern hin, ja. Oder vielleicht sogar einen Marineflieger, etc., etc. Also, Sky is the limit. Verdammte Kacke halt, ja. Da könnt ihr nicht mit so einem Ding hier um die Ecke kommen, wo hier solche Symbole irgendwo auf der Map auf, so eine Art Mission, die ich abarbeiten kann, eben mit dem, mit dem Schiffspool, den ich halt irgendwie hier, hier habe. Ich habe doch überhaupt keine emotionale Bindung zu, zu einem Schlachtschiff, ja, mit zur Hagen, die halt irgendwie lange im Einsatz stand, die es geschafft hat, wie die Legende der Emden halt, ja. Die in Südostasien im Einsatz war und die Männer schaffen es dann noch bis nach Hause ins Vaterland halt, ja. Und sind bis heute unvergessen und auch heute noch tragen die ehemaligen Fahrer, beziehungsweise die Nachkommen der Emden-Besatzung den Namen Emden in ihrem Nachnamen halt, ja. Sowas brauche ich doch irgendwie, halt. Ich muss doch eine Emotion entwickeln zu einem Schiff. Ein Schiff ist doch auch immer was Leidenschaftliches. Warum ist es denn so schlimm, dass die Hood versenkt wurde, dass die Bismarck versenkt wurde, ja, als die Yamato versenkt wurde oder die Yorktown etc. Das sind doch alles, ähm, das sind doch Emotionen. Und, und, äh, mit, mit diesen Symbolen, die ihr hier auf der Karte halt, mag sein, da habt ihr jetzt eine Quest oder so, die hier aufpoppt und dann kriege ich vielleicht eine Technologie dann oder was mal da Spielmechanik, die sich jetzt da noch reindenken kann. Was, 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 was wollen denn die Entwickler hier mit, was, was soll's denn werden, ja, in fünf Jahren, dieses Symbol, wenn ich hier draufklicke, was, äh, sorry, ich, mir fehlt da die Fantasie, dass aus diesem Symbol, was hier auf der Seekarte ist, irgendwie was Sinnvolles wird, wenn, 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 wenn das hier mein Ding ist hier, ja, also, boah, nee. Also, jo, das ist ganz schön lang geworden jetzt, das Video. Tut mir leid, aber ich muss ja mal Dampf ablassen, ja, also, also, schreibt mir mal in die Kommentare, was, was, was ihr davon haltet, ja. Ich trinke jetzt erstmal einen Schnaps. Musik 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 Musik